Der große Vorteil von PV-Anlagen ist, dass diese geräuschfrei sind und es zu keiner Lärmbelästigung kommt. Ebenso ist anzumerken, dass es zu keiner Blendwirkung der Module mehr kommt, da die meisten Hersteller bereits ein Anti-Reflex-Glas verwenden. Auch die Module sind in schwarz und schwarzen Rahmen erhältlich. Ein weiterer Vorteil der PV-Anlage ist, seine saubere Art Strom zu produzieren. Bei der Produktion von Sonnenstrom auf dem Dach werden nur sehr geringe Emissionen freigesetzt. Die Emissionen, die bei der Produktion einer PV-Anlage freigesetzt werden, machen nur ca. 50 Gramm CO2 pro produzierter Kilowattstunde Solarstrom aus. Einer der größten Vorteile von Photovoltaikanlagen ist, dass man dem Klimawandel entgegenwirkt. Mit anderen Technologien, die erneuerbare Energie nutzbar machen, kann so der CO2-Ausstoß verringert werden. Wichtig dabei zu wissen ist, dass Photovoltaik nicht die Alleinlösung ist. In Kombination mit Wind, Wasser und intelligenten Speichermöglichkeiten kann die Energiewende jedoch geschafft werden.